hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem kanal ich war etwas aber auch mit haushalt drin ich habe das jetzt nicht aussortiert ich habe die tüten habe ich jetzt so gelassen die stehen schon eine ganze weile und ich muss das jetzt mal abdrehen weil ich da auch für mein kind was hat und das sollte er langsam anziehen beziehungsweise habe ich schon eine sorte raus genommen und dass er das anziehen kann das andere zeigen ich war drei wochen bei hausmann ich habe mir da einmal erdbeer sahne tee gewohnt früchte tee weil mein kleiner weil ich auch der wir gießen ja immer eine kanne auf ein liter und dann mischen wir das so mit tee und unsere tee ist bald alle für ein klein deswegen habe ich ihm den gewohnt ich trinke da auch manchmal dann habe ich heidelbeer joghurt mit heidelbeer geschmack und joghurt dann für mich einmal thermacare rücken bei rückenschmerzen ich habe in irgendeinem video habe ich das schon gesagt dass ich rücken und auch so ein bisschen was mit dem herz eventuelles könnte am rücken liegen habe und habe ich immer die wärme kissen da geholt das habe ich schon einmal probiert von andreas seiner mutter die hat mir sowas gegeben und ich fand das gar nicht schlecht in der nacht ja deswegen habe ich mir die geholt schweine teuer ich glaube 18 euro dann für den klein habe ich ja da fehlt ein so ein ding da muss ich dann mal gucken eine mütze geholt da gibt es auch noch so ein loop in der gleichen farbe irgendwo muss der hier drin sein und das habe ich zweimal geholt also einmal in dieser farbe und einmal so hellgrün und hellblau auch so gestreift das hat er aber gerade an soja so eine mütze der ich wir haben im frühjahr sind die mützen gut und waren nicht so teuer ich weiß gar nicht 30 steht nicht dran habe ich zweimal so plan dass ihr geholt weil ich liebe den beispiel wir haben zwar noch welchen aber man weiß ja natürlich reinigung das wollte ich immer eigentlich ist gut spülmittel das habe ich zweimal einmal steht schon unten ich habe jetzt einfach irgendeines genommen palmolive keine ahnung so dann für die katze viscas nimmt die ab und zu mal gerne nicht immer nicht immer hier manchmal sehr mäkelig aber sonst kann man die schon damit dann nochmal 40 limiten t zweimal haarfarbe in schwarz oder dunkelbraun ist das ja ich muss färben ich bin leider nicht mehr so jung und man sieht das teilweise was ja eigentlich gar nicht zum lachen für mich ist naja dann von isana habe ich berry dream ein cremeserum das hat mich interessiert das wollte ich mal testen das ist in so einer verpackung ich mache es jetzt nicht auf da ich noch andere dinge da deswegen bleibt das zu wollte mir ja eigentlich nicht mehr so viel holen ja dann wir haben uns über make-up geredet und ja von rival the loop hd perfektion make up ich dachte das sieht so komisch aus weil es so luftblasen sind aber ich weiß nicht mal schauen wie die ist können wir ja zusammen testen dann noch mal ein mausturizer von essenz in dieser variante das werde ich als poema benutzen kaugummis die müssen eigentlich ins auto und gut dass ich mal reingucke weil die habe ich eigentlich nüttel eingeholt für den kindergarten wobei heute essen sie haben sie haben die im kindergarten faschings frühstück gehabt und morgen essen sie geburtstags frühstück ja da habe ich ihm einmal apfel mango mal gucken aber das ist der ist eigentlich nicht so der typ für sowas dann ein getreideriegel apfelbanane hembeer er ist lieber ja obst also er ist wirklich lieber obst so poor als sowas glaube ich mal gucken ob er was ist und apfelbanane dann ja einmal slip einlagen braucht man halt dann nochmal tee waldbeere so mit tee sind wir erst an das wort dann habe ich ihm ein spiel geholt bunte ballon also er muss ich weiß nicht das gab es bei mir schon glaube ich auch mit anderen figuren man muss halt hier würfeln glaube ich und die farbe dann so einsortieren ich denke mal das kriegt er zu ostern oder so aber ich habe ihm zu ostern schon irgendwas von papatrol geholt aber ich wollte jetzt so mal paar spiele haben die auch ja mit dem gehirn jetzt langsam mal da habe ich hier nochmal eins fressen igel schokoriegel fütter die tiere und entdecke was ihnen schmeckt so und da hat man dann hier muss man dann halt in die in die wie nennt man schablonen dann die tiere rein machen und um zu gucken also für acht puzzelrahmen mit je einem tier und vier futterblättchen eine spielanleitung ja ich bin gespannt mal sehen dann habe ich zweimal pflegeeinigungstücher von isana geholt zweimal müllbeutel brauchen wir dann ja fürs haarepärben nochmal so ein set meine sind irgendwie kaputt getan ich weiß nicht wie ich das gemacht habe nochmal für die katze dreamies mal gucken ob sie es ist dann haben wir nochmal zwei riegel apfel mango und nochmals banane dann einen augenbrauenstift der ist mit zum pinsel ich bin gespannt das war im angebot 1,75 nochmal getreideriegel dann einen zahnputzbecher für mich nochmal so einen augenbrauenstift etwas mit einmal einen bronzer das war alles reduziert deswegen habe ich das mal mitgenommen können wir testen riecht nach nichts sieht so aus das ist von essence zweimal gusenbonbon die wollte ich eigentlich in mein auto legen ingewaum maratouille und einmal ricolati standard finger dann habe ich ein zuckeröl peeling von isana ich glaube das ist noch zu und das lasse ich auch zu das mache ich nicht auf dann nochmal eins von isana salzöl peeling das ist auch noch zu sieht so aus von garnier ein bottig tonic ja Leute ich weiß und leider 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 was heißt leider etwas duschgel ja wir fangen mal mit den duschgelen an da habe ich einmal velvet berry das ist diese das ist so ja neue sorten riecht sehr fruchtig riecht gut dann einmal orange mit orangenen duft bin ja eigentlich nicht so der orangenen typ oder mandarine typ aber das geht das riecht richtig gut das sind die neuen dann dann isana creme dusche mit süßen duft zum verlieben love with limits oh ja der riecht auch gut dann nochmal isana duschgel das beste in meinem leben bist du das ist so niedlich ich bin totales verpackungsopfer das riecht auch so gut das sind 2,4,6,8 stück und das hier kokos und das riecht richtig gut dann 3 stück von nivea auch winter moments shea butter das war reduziert auf 30 cent oder so das riecht gut dann exotic dream ich weiß ich habe und winter moments kakao äh äh was soll ich sagen äh ja ich kann äh konnte nicht vorbeigehen ich konnte nicht vorbeigehen dann habe ich mir auch Badesalze geholt da habe ich einmal eine handvoll Herzenswünsche mit Brombeer, Himbeer und Vanille von Kitty Set die waren auch alle im Angebot das riecht richtig gut dann von T-Disept tiefen Entspannungen mit 5 ätherischen Ölen indische Melisse, Bergamottenöl, Orangenöl und Jasmin Rücken und Schulter weil ich sie ja mit dem Rücken habe deswegen T-Disept Wacholderöl, Wintergrünöl, Ingweröl und Rosmarinöl die waren alle im Angebot Muskelentspannung Zitronenöl, Rosmarinöl, Minzöl, Latschenkieferöl das ist auch wieder von T-Disept dann Antistress mit Lavendel, Melissenöl, Kiefernadelölen und Passionsblume äh dann nochmal von T-Disept Danke Granat Apfel und Kakaobutter dann Pfirsich Vanille eine Portion Glück T-Disept eine Handvoll Vielfalt Freiheit, Liebe und Toleranz Pflegebad mit Mandelöl dann Schaumprinzessin Liebliche Jasmin-Blüte Pflegebad mit Verwöhn-Schaub so wie klein sind das hier und nochmal T-Disept Pflaume Sandelholz und Zimt Pflegebad mit Badeliposomen Boden Bade Badeliposomen ja und noch ein paar Masse waren auch reduziert da habe ich einmal von Isana Serum Tuchmaske mit Nia Ciamide plus Wildrose beruhigt die Haut und von Beauty drei Stück einmal Beauty Boost Tuchmaske diese dann Energy Elixiert Tuchmaske eine Rosane und Deep Hydration Tuchmaske diese das war's und ja es ist auch genug ich ich weiß ja ich habe aber auch gut aufgebrochen muss ich sagen und manchmal manchmal muss das sein dass man mal einfach entspannt und einkaufen geht ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss